Hey Leute und Willkommen zu einem weiteren Video hier für einmal. Heute wollen wir einfach mal ein bisschen Gruppenkeile spielen. Ja, freut mich nicht, ich bin zu scheiße. Äh, so dass ich keinen Solo mehr spielen kann, weil das Game auch so einfach verspitzt ist. Oh ne, das ist ganz einfach eine Runde Gruppenkeile. So Leute, wir sind jetzt in der Gemeinde gekommen. Saftig knaftig gehen wir jetzt erstmal titeln. Weil da erstens die Drohnen sind. Und zweitens mag ich Tilted Towers einfach besser, dass Jackgewirr gibt. Und mit Jackgewirr kann ich rausroben, glaube ich. Und ja, daran habe ich Spaß. Und hier ist ein Loskind. Hallo Loskind, hallo. Okay, dann gehen wir jetzt mal Tilted Towers. Ich weiß nicht, ob ihr Ton verändert kennt. Auf jeden Fall feiere ich seine Videos extrem. Und auch wie er es schneidet. Und seine ganzen Songtracks weiß ich halt nicht, ob das, ähm... Hier, wie heißt die Scheiß, Artikel 13 gemäß ist. Also dieses als Urheberrechts-Dingsbums. Und deswegen... Ja. Ich habe es einfach gewusst, dass diese Zone direkt da ist. Können wir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob das als Urheberrechts frei ist oder ob man das sagen kann. Und jetzt einfach... ...sneid oder schneid. Der ist einfach... ...sneid oder schneid. Nee, ist noch kein Mate. Treff ihn nicht. That's your Mate! Ah, ich muss noch mal den Kildern. Ich glaube, ich muss noch aufreißen. Cool! Wow! Wahrscheinlich haben die Mate schon nur das Werk genutzt. Man kennt's, Alter. Wow! Ich habe das auch. Oh! Junge, wie viel liegt denn das von hier? Oh mein Gott, Junge. Er hat mich erschrocken. Es ist schön, dass sie über den Dreck schritten, aber besser als nichts. Hier ist ein Gegner. Und den töte ich jetzt. Oh, ha, 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 ha. Was? Was ist denn los? Ist hier irgendwo was? Oh, hier. dass du was getroffen hast, Bruder. Komm bitte in die Pump. Da hast du mich auch. Ich geh jetzt zum Glutrop. Weil ich hoffe, da ist was cooles drin. Ich brauch dringend ne Shotgun. Und ich hoffe, da ist ne gute Shotgun drin. Warum tue ich das? Ich hab keine Ahnung. Nein, Shotgun. Ist auf jeden Fall ne Shotgun. Ja, auf jeden. Verschwinden. Den süppel ich jetzt. Perfekt. Ihr müsst aber wissen, ich bin einfach schlecht. Ich bin einfach schlecht. Es ist einfach so. Bitte mutt mich jetzt nicht. Lul. Ist er los? Was ist los? Oh, süß. Mein Gott, wie geil. Trinkt er sogar los. Ja, und der hat auch was getroffen. Och Mann. Er macht nicht. Okay. Da ist eine Lutschung. Und den hole ich mir jetzt. Shotgun, 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 Shotgun. Oh Mann. Keine Worte. Keine Worte. Aber ich hab gar nicht mit. Da ist der nächste Rootshop. Wie ging das jetzt auch mal? So, ne? Nee. Warte, wie ich ihn lasse. Äh. Ah, so. Denkst du dich. Ja. Wussteig. Wussteig. Nein, you don't push on me. Wussteig. Wussteig. Ohohoho, Jungs! Let's go! Hier sind ja welche! Oh mein Gott! Ahhhh! Ahhhh! Ich bin jetzt der Zaun noch rum! Auf! Hier ist! Oh mein Gott! Da ist ein Shotgun! Ah, die brauche ich! Gib mir den Shotgun! Ja! Oh! Jungs, da ist ne was halt! Da ist ne was! Da hinten ist ein Enemy, Junge! Da habe ich gespottet! Are you ready for a no-scope? Are you fucking ready? Hä? Oh ja, der muss gut! Ähm... Den kannst du nicht raus! Spaß! Nein, du kannst nicht raus! Ich bin nicht so ein Ehrenloser, der so was rausgattet! Was denn wisst ihr, dass ich schlecht bin? Oha! Oh! 10 Meter! Nice! Er bin aber noch kurz gedrückt! Ja! 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 Mit der habe ich mal mit mir und wer ich mir vorlese gehört? Ich schreibe mir schon nochmal drauf! Skriy, Neu! Ich schreibe mir schon raus. und da ist ein lootshop den ich mir jetzt hole ich war noch der kohle gewesen brauch ich ich mache jetzt was cooles mit den jungles mhm 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 oh mein Gott AIMBOT Fragezeichen ja auf jeden Digga ich will jetzt irgendwen mit diesem Junk wird killen da ist schon ein Opfer ach ne er hat ihn geholt warum machst du denn naaa mhm das ist blöd ich hab ihn runter geboostet komm scheiße aber ich hab ich hab ihn ich hab ihn durch den tiefen Fall eliminiert nein 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 nicht jetzt nicht jetzt ok ok ah nein 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 das ist gar nicht passiert das war sogar nicht oh mein Gott ich hab einen Win geholt ich bin der beste Spieler der Welt wuuu erstmal die 90s flexen jetzt den Krabbendance wuuu 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 ja so ich hoffe es hat euch gefallen lasst doch gerne ein Like und ein Abo da lasst ein Like in den nächsten 5 Sekunden da sonst wird es Spaß nein kurzer Realtalk ich find das echt lächerlich von den ganzen Leuten die das machen und ja auf jeden Fall haut rein ich weiß nicht äh ich hab mich über eine Bewertung über einen Kommentar oder sogar über ein Abo freuen und tschau